Nachdem wir gesehen haben, wie das Klima sich verändert haben wir entschieden zusammen zu kommen als Schule der Schule Mengo Senior in Uganda und der LIC-Docent Spirit-Schule in Burundi, damit wir sehen, wie wir die Zoom verschützen können und wir haben entschieden, dass wir Natura Uganda besuchen. Mein Name ist Achilles Biaruhanga. Ich arbeite hier als Executive Director für Natura Uganda. Natura Uganda ist eine soziale Organisation, oft called Not-for-Profit Organisation, das arbeitet über Natur, Conservation und Entwicklung. Wir unterstützen Species, wir unterstützen Habitats und wir unterstützen Critical Sites für Conservation. Wir haben drei Main Pillars, die wir arbeiten mit. Der Original ist die Wissenschaft und Forschung. Der zweite ist die Public Awareness und Bildung. Und der dritte ist die Conservation der Critical Elementen unserer Natur. Aber da ist eine andere Elemente, die wir haben gemacht. Wir arbeiten mit den Kommunen als Kastodien der Natur. Sie sind die Menschen, die Menschen zu unterstützen. Sie können nicht die Menschen aus der Natur aus der Natur. Sie sind ein Teil von der Natur. Sie sind ein Teil und Teil von der Arbeit, die wir tun, um die Natur zu unterstützen. So, wir haben wir entwickelt, was wir callen Site Support Groups. Site Support Groups. Site Support Groups are community members, who come together and agree that they should protect certain species, or certain sites, or certain habitats. Indeed, when you visit Mabamba tomorrow, you will meet one of those Site Support Groups. So, Mabamba Swamp. This sample is located in Wakiso District, in Kasanjei Town Council, in a village called Iziba. The historical background of Mabamba is after that we have a certain fish that is called a long fish, of which in our local language is called Mamba. Then we had to inherit that name, Mamba to Maramba. The African American Indian 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 Als wir die Sümpfebesuch haben, haben wir von dem Führer die verschiedenen Arten der Fische und Vegetation gelernt, wie zum Beispiel Mütfisch, Langfisch, Nailperch, Tilapia, Silberfisch, Zerosen, Farne und Apiros. So, Nature Uganda has encouraged us to form so many organisations that can enable us to sustain our living. In that, it enabled us to form one organisation like Mavamba Wetland Ecotourism Association. Many people around the community are benefiting out of the swamp in the way that there is tourism, of which tourism has enabled us with the tour guides, the boat riders to earn a living within their homes. We educated the importance of nature and people are earning out of that. We form organisations like Mavamba Wetland Ecotourism Association. And there is also for making eats and plantations. Mushroom plantation, tree plantations like so. And Mavamba Wetland Ecotourism Association. Whereby local members can construct their craft and they can be sold to the clients. and they can be sold to the families and people are selling their homes and their homes and their homes. Wenn ihr hier und werdet, ihr seht, ihr seht, oder? Das wäre ihr wollt. Es gibt meine Freunde nicht zu machen, dass sie hier im Innenleben. Sie sind nicht nur ein Junge oder den Menschen, sondern auch eine Patientinnen und die Menschen. Jetzt haben wir die Menschen getrennt. Schaubert wird mit ihnen 제 Ausgabe gemacht. Ich weiß, dass die Reichen es geben, und du hier rausRedtern, und du, όl eine der Bühne verbaut, die Gäste stürmen, für mich, wenn ich Sie sagen, dass Sie den tollen Menschen in der Be eder если Sie finden Sie dort energía. und immer dies war, aber sie haben diesen Begrüben gegeben. Das ist auch dieses Leben. Wir leben in Jessica, und wir wissen, dass wir uns bei dieser Liebe und wir wissen, dass die Dinge die Liebe, das Menschen zu haben und wir lernen, die Leute zu werden, die Sie nicht zu werden. Wir nehmen die Basis, die wir die Begrüne nehmen können, Die Beobachtung hat's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach unseren Nachforschungen sind wir zu jedem Schluss gekommen, dass der Schutz der Sumpfgebiete wichtiger ist, auch sie aus kommerziellen Gründen zu zerstören. Es ist die Pflicht von allem der Sumpfgebiete für eine bessere Zukunft zu schützen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.